Ciao und wieder bei Tales of Berseria. Beim letzten Mal sind wir hier wieder in Hellervis angekommen, auf der Suche nach dem nächsten Theria, nach dem nächsten Erdpulspunkt und was alles damit doch zusammenhängt. Schauen wir mal, wie gut das war. Joa. Piratenflogge. Rangetsu. So. Was ich schon mal gemacht habe, kann ich mal kurz zeigen. Und zwar wieder mal so ein bisschen alles an Ausrüstung. Ich habe immer so ein bisschen auf Plus 6 gebracht, einfach weil. Wobei, vielleicht kriege ich das kombiniert. Wenn wir jetzt mal schauen. Ja, da ist die Verteidigung leider nicht so gut bei den anderen Sachen. Wenn die so ein hohes Level haben. Das war nochmal der Bonus für über 10. Ach, das war Capere Generation. Nichts, was jetzt irgendwie so richtig wäre. Naja, jedenfalls habe ich hier bei allem nochmal so ein bisschen die Sachen aufgewertet, soweit es ging. Feldspat-Stuff ging leider nicht, weil ich da nicht so viele Feldspat-Stücke hatte. Aber ansonsten halt so ziemlich alles wieder verkauft oder eben zerlegt, aufgewertet und soweit es ging. Und zwar nicht, Frau Elinor. Nicht, dass diese Leute dich aufhörtern. Ich bin gut. Danke für deine Begriffe. Aber, ob du nicht das Ding machen kannst, wo du mir aufhörst, um mich zu schäuern? Okay, ich werde nur aufhörst deinen Kopf, dann. Das wird auch nicht notwendig. Aber wirklich, die Dinge sind in einem schrecklichen Zustand. Die Stadt verlor, die Gilder verlor, die Abbey aber nur weg. Es wird nicht ein Funktionierendes Port für ein paar Zeit. Du kannst sie nicht verletzen, weil sie es sehr gut hier hatten, bis wir hier kamen. Die Hellevisien waren wie verletzten Kinder. Wie so? Hellevis war damals eine kleine Fischung-Village. Die Bountiful-Northern Seas gab es viel genug Fisch, um ihre Betriebe zu unterstützen. Aber die Flamestone gab es einen einfachen Weg zu werden. Und als sie einen Garten haben, sie verletzten ihre alten Fischung. Und jetzt sind sie bezahlt den Preis. Aber ich habe gehört, dass die Temperatur die Kühle verletzt, eine halte der Norden Seasen im Eis, macht die Fischung viel schwieriger. Uh, aber die Fischung-Village verletzt hat kleine Organismen, enrichiert die Worte, wo es verletzt. Die Fisch sollte mehr plentierter als immer. Ich denke, Sie haben einen Punkt. Wir wollen sprechen, nachdem wir das gemacht haben. Aber nehmen den einfachen Weg, und dann schlägt als schnell es wird schwer. Das scheint... Spoiler, ja. Ha! Du hast es gesagt, Lafisette. Ich denke, mein Appetit ist ein bisschen überindulgent. Das ist nicht ein schlechtes Ding. Das bedeutet, dass du gesund bist. Geige Schäfer kommen in diesen Waren in dieser Seasen. Darf ich mich Benwick fragen, um etwas zu spüren? Ja! Und auch ein paar normale Oktopusse. Diese Klamide ist... wir, nicht wahr? Also, wir haben eine Krieg mit der Abbey, wo wir gehen. Und jetzt sind wir es zu einem neuen Level. Wenn wir den nächsten Therien aus der Erdpulse, wird es wahrscheinlich wieder sein Kamoana sein. Die gleiche Devastation? Oh! Oh! Ich denke, ob es da etwas schlimmer ist, als eine Klamide, die sie uns sagen können! Das ist kein Lachen. Die Leute werden als Dämonen, in Teil des ihrer eigenen Malevolenz. Es ist nicht so, dass sie völlig innoziert sind. Aber wenn es jemanden aus dem, der sich zu verletzieren, wie Kamoana war, ist es nicht die richtige Sache zu machen? Ich kann nicht darüber sprechen. Aber... Du musst dich nicht überraschieren. Ich bin derjenige die Barriere. Und ich bin derjenige, das muss man tun. Sie nehmen natürlich die ganze Schuld auf sich. So. Da. Die Dämonen-Attacken haben den Grundtrade zu einem Halt. Aber die Menschen starten langsam wieder zu fischen. Bist du auch ein Fischerer? Ja. Diese Stadt wurde in der recenten Fischererbund aber zurück, als ich ein junger Mann war. Das war ein Fischport, durch und durch. Seitdem die Schifffeldung die Docken übernommen hat, wir alle Fischererinnen mussten. Das ist ein Fischererbund. Das ist ein Fischererbund. Das hat die Stadt verbessert. Aber viele Menschen waren nicht so glücklich mit der Gilde. Es ist zu schlecht, dass alle Menschen nicht einfach zusammenarbeiten können. Als Geld erinnert, die Menschen verändern. Das ist wahr, egal, welche Jahre Sie leben. Die Menschen wissen, dass es diejenigen, die Geld verdienen. Aber wir folgen. insofern. Es ist die menschliche Natur. Ich hoffe, dass alle ihre Gedanken verändern werden, wenn wir wieder aufgebaut werden. Aber wer weiß, was passieren wird. Aber schön, dass wir zumindest hier das mit dem Fischen wieder aufgreifen. So. Was hat denn hier vorne mal zu sagen? Nein. Also auch nur wieder Beschwerde. Das ist alles scheiße. Die sind schuld. So. Ah, da ist er. Komm, Schöner, und schütze deine wütenden Wände. Bist du mit mir zu sprechen? Ja. Du, mit den Augen, die auf dem Reapers' Gesicht liegen. Ich... Oh. Ich... 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 das ist. Es war ein langes Mal und diese Worte, der Ich weiß, es war meine Entscheidung. Ich habe keine Regeln. Selbst wenn das Schilder selbst war Fake, meine Herzinfarkt für ihre Schönheit war real. Was ist passiert? Hast du etwas gesagt? Nein, aber dann für was willst du zu retten? Die Wahrheit ist, als ich das Schilder gesehen habe, ich hatte nicht genug Geld. Also habe ich 100 Beispiele für meine kleine Schilder geblieben. Das ist das eine Teil, das ich wünschte, dass ich anders gemacht habe. Ich verstehe. Feier nicht, mein Sohn. Es ist egal, was die Empyreisen entscheiden können. Ich weiß, dass deine Schilder dich entschuldigen würde. Ich hoffe so. Schilder zu kaufen von Beryl, einem Charakter aus Tales of Hearts. Komm, Schilder, und repete deine wütenden Wälder! Du meinst mich? Ja, oder zumindest würde ich. Aber vielleicht bist du zu jung, um etwas zu repete zu haben. Nein, es ist etwas. Ich habe es so lange gehalten, aber ich werde es jetzt confessieren. Und ich werde mich hören, mein Sohn. Nicht zu lange, habe ich einen Schluck in der Wälder gefunden. Und ich habe in einem Buch geschrieben, dass wenn du Salz auf den Schluck auf den Schluck aufhörst wird. Ich wollte es selbst versuchen. Also... Also, du Salz auf den Schluck auf den Schluck. Es ist wahr, das war nicht ein guter Akt. Aber wenn du die Erfahrung mit dir sprichst, die Leben und ihre Fragilität hast, dann war der Schluck nicht in vain. Und... Nein, das ist nicht was passiert. Ich verabschiede mich, und ich putte Zucker auf den Schluck, nicht Salz. Und... Und dann... Und dann... Der Zucker hat ein ganzes Wälder zum Schluck auf den Schluck. Und sie... Es war schrecklich. Ich bin so sorry, Schluck. Nicht zu schrecklich. Ich bin so schlecht. Sieht nicht so gut. Ich verabschiede mich. Es war alles ein schrecklich entgegen. Es gibt... ... noch etwas. Ich wollte sehen, was würde passieren, wenn ich Zuckerwasser in die Antheil verbringte. Und... Ich bin sehr entschuldig, du zwei Annen. Kinder können sicherlich weiblich krass sein, manchmal. Ja, das klang teilweise schon ziemlich krass, was er da gemacht hat. So, habt ihr noch was zu sagen hier? Aber dieser sündige Priester ist trotzdem immer wieder genial. Ja. Das ist der Tag, wo wir ohne Angst leben können. Oh, Frau Medischa. Bist du... ein Freund von ihr? Ja, sie lebte nur auf der Straße von mir. Medischa hat ihre Kinder, Diana, alles auf ihr eigenes Leben. Und dann haben sie die Frau gebeten. Gebeten? Von woher? Die Exorzisten. Als Diana hat die Dämon der Licht gebeten, die Abbe hat sie wie ein Ratsch. Wie schrecklich. Ich fühle mich einfach schrecklich. Aber ich glaube, dass noch nichts anderes zu tun hat. Aber Medischa... sie hated die Abbe für was sie getan hat. Also hat sie sich selbst in der Sanctuary gebeten. Sie hat sie einfach schrecklich gebeten, wie die Dämonen auch haben. Was passiert nach dem? Ich hätte sie nicht gebeten, wenn sie verletziert. Aber in Wahrheit, sie hat sie so viel gebeten. Ein Exorzist hat den Garten, der sie schrecklich hat. Sie sagte, nicht sie töten. Sie ist Rezeptive. Rezeptive? Huh? Ich denke, das ist ihre Weise auf die Gefühle zu sagen. Before all this, sie war eine wirklich gewaltige Frau. Das war sicherlich ein Kind von ihnen. Medischa wirklich liebte ihre Dämonen. Ich kann sie nicht viel schmerzen, um sie so zu schmerzen. Aber die Abbe, sie sind nicht so viel über die Gefühle. Der Grund ist alles, was ihnen wichtig ist. Für sie. Sie nehmen sie nicht so nett, die Menschen ihre Ordnung zu verhindern. Links. Oder hier vorne links in der Ecke. Und danach können wir auch die anderen beiden Sternchen holen. Da ist er ja schon. Irgendwie habe ich in der Truhe übersehen? Schon fast ein bisschen Lebensmitteljungen damit rumzufahren. Ich würde nicht drüber sehen, das ist einfach nur eine neue Truhe. Eine Truhe wieder da. Ich kann ja die Truhe, die ich schon mal geöffnet habe, nochmal öffnen und nochmal schauen. Was ist da? Da unten? Die ist auch offen. Hier hinter. Die ist wieder zu. Okay. Gebuchetlose Flüssigkeit. So. Dann schauen wir mal hier. Wenn du nachher von Hellebys gehst, dann kommst du auf die Faldys-Ruinen, welche Abbey-Property sind. Besonders benutzt sie als Checkpoint, für die Schraubung zu holen, das aus dem Mount Killerau. Aber zwischen dir und ich, ich höre, dass die Abbey auch als Präsenkampf benutzt. Ein Präsenkampf? Die sind die Schraubung zu holen? Nein. Die Schraubung zu holen. Die Schraubung zu holen. Diese Schraubung sind kriminellen Menschen. Noch lange lange, diese Frau hat jemanden und sich in der Sancturier zu holen. Ich höre, dass sie nach der Schraubung zu holen. Warum glaubst du die Abbey nutzen die Ruhe für eine Schraubung zu holen? Wer weiß. Vielleicht brauchen sie einen Ort, um ihre Schraubung zu holen. Die Abbey ist nicht bekannt, nachher zu forgivenen. Aber diese sind nur schäufe, ich habe gehört. Natürlich, ich glaube nicht ein Wort davon. Ich kann nicht glauben, dass die Dämonblatt in die Stadt verbreitet. Schreckliche Zeiten. Dann hat sie etwas von ihnen verbreitet. Also haben sie in die Stadt verbreitet. So haben sie mit ihnen zu verbreitet. Aber das Problem war, dass die Dämonblatt in der Frau versucht, sie zu schützen. Es sind nur die Natur. Das sind gefährlich. Wir lassen unsere Emotionen uns kontrollieren. Oh, uh, right. That's... that's horrible. Eh, she had it coming. If there's anything worse than demons, it's people who can control themselves. So, Diana was a girl-turned-demon who was killed by an exorcist. And her mother, Medissa, hated the Abbey for it. And the Abbey is using the Faldi's ruins up north as a prison camp. It's a lot like what happened to Kamoana, isn't it? It's natural for a mother to love her own child... to make that a crime. What I'm curious about is the use of the word receptive to describe Medissa. So long as there is one receptive to divine power, Therians shall be forever reborn. If our interpretation of that ancient book is right, it likely means she's receptive to Enominot's power. Meaning they brought Medissa to those ruins where there's an Earth Pulse point. And then they made her into a Therian. That would certainly put all the pieces together, yep. Plus, if this Therian the Abbey created already hates them, that's all the better for us. Yeah. I imagine she'd be willing to work with us. Although it sounds almost too easy. Did I jinx it? I just jinxed it, didn't I? Probably. But we won't find out until we try. True. Let's head to the ruins. And don't worry, you totally jinxed it. Ah, okay. Ich seh auch gerade wo das ist. Da kommen wir auch gleich noch dran vorbei. Okay, dann erstmal nochmal ins Gasthaus und dann gucken wir uns mal den nächsten. Gasthaus oder Taverne? Taverne. Nächste Magillus Menagerie an. Ja. Now we have demons rampaging through our towns. Northgans really had a string of bad luck. The weather's gotten even colder. Mercio's port is blocked by an ice drift. And hardly anyone sails the North Seas anymore. But relief supplies have made it up here, right? It may fill our bellies, but not our hearts. Huh? If the Abbey truly wants to save this town, there's something we need more than food or gold. Lady Teresa. If only I could be pierced once more by those fierce ice cold eyes. Oh. Punish me, Teresa, my love. Wow. Can we make it so that he doesn't get any more supplies? Ah. Lady Teresa. My life is for you. Wow. Oh. 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 häufig. Ist irgendwas neues dabei? Fiegal Eisspitze, den könnten wir uns holen. Ja gut, und den Serienmörderbaum, den haben wir erstmal ausgelassen, aber so. Ja, ich glaube so. Great, I knew you could do it But if you merely follow the script and adhere to its every word, you won't be very funny You need to ad-lib in your own style For you, that's buttering up the audience and winning them over Ad-lib? I'm not sure I can do that I have faith in you, kiddo You're gonna discover a part of you that you never knew existed Just focus on finding ways to charm our audience Okay, I'll see what I can do Alright, then let's get this show rolling Hi there, we're a boy and his witch Your partner's in comedy today Magic-Azam! We're still new to the comedy business But we'll do our best to give you a memorable show I'm Fi, the cute one And this blustering witch is... Magilu! Wait, who are you calling blustering? Near-round! S-sorry, I just suddenly felt like doing an imitation An imitation? Like, of a cat? Not just any cat A nearby cat Near-round! You're losing them Time to go on our charm offensive Roll with it, kiddo Every slip-up is just a new opportunity in disguise Uh, see? It's supposed to be a pun on how cats sound and how near is pronounced I didn't actually hear a nearby cat meow like that or anything He's explaining the joke? Are you going crazy, Lafisette? What good does explaining a bad joke do? But you told me to ad-lib to try and win our audience over, didn't you? I figured maybe if I explained it to them, they'd get the joke and find it funny Just stop Even if they get the joke that way, it's just going to be sad I don't mind that I'm not afraid of messing things up I just want to make sure our audience feels valued No, no, you have the right idea, but I guess I should mention Magi Lu's the one who came up with the script She just made me come and act it out I don't care if it made the audience happy You just sold me out I can't work with you like this No way! I'd say we got a lot of ad-libbing into our routine today How was the show? I'll just say one thing You need a better writer It wasn't me Gut, Velvet hatte totales Lampenfieber Lafisette hat vielleicht ein kleines bisschen zu viel improvisiert und hat seine Witze erklärt The fault of these ruins are north of Hellevees The earthpulse point is to the north too Probably in the very same place Toll, dahinten wollte ich mal jetzt davon und da komme ich natürlich nicht hin Ich von der anderen Seite da hinkomme Moment Dann würde ich jetzt mal kurz ausprobieren Ich möchte hier nämlich gerne da die das Item für den Long-Dao-Ding Ich würde noch nachfragen, egal, genau Long-Dao-Stab oder sowas hieß es ja in hier ist das erste Teil Ich kann doch hier einfach fahren ein bisschen schneller zu sein Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich wahrscheinlich auch von der anderen Seite nicht rein darf wenn ich von hier aus schon nicht darf Wobei, nee, ist nicht zu Frage ist, wann versperren sie mir hier vorne den Weg Na, wobei Ich Komm soweit Es ist ein anderes ingredient für den Omega Elixir Ich glaube, ich sehe nicht viel Ich glaube, ich sehe nicht viel Ich glaube, ich sehe nicht Ja, du bist So, dann haben wir auch das Horn des Einhorns, was kein Horn des Einhorns, sondern ein Horn des Wals ist, aber ja, es zählt trotzdem. So, ähm, dann machen wir uns das eben noch an. Aber dann, Velvet, dass ich diesen Kompass haben. Und Aizen und Rokuro haben mich selbst gelernt. Sie haben sicherlich gemacht. Und siehst du Dial. Er ist eine Partei der Von Altea jetzt. Auch Bienfu und Grimoire sind jetzt eine Partei unserer Marry-Band. Ja! Hey, nicht vergessen Sie jemanden? Oh, und der Prinz und seine Hauke und Korogane und Kamuana sind mit uns. Hör, ich habe mehr Partei in dieser Geschichte, als einer von ihnen. Hush, was ich sagen würde, würde ich sagen, dass es dir nicht wichtig ist. Endlich beginnst du mich zu verstehen. Magikazam! Ich dachte nicht, dass Northgand so kalt wäre. Aber Northgand war Theresias Territory. Würdest du nicht hier mit ihr gewesen? Ich denke, dass ich meine Bewusstsein kontrolliert habe, dass meine Säte auch geholfen war. Ich verstehe. Aber der Schäufe ist nicht zu tun, Aizen überhaupt. In Wahrheit, alle anderen hier sind komfortabel. Wenn du in diesen Temperaturen wirst, wirst du niemals auf den Highseiten. In meiner Kindheit, habe ich die Blade unter dem Blasen und durch die Blasen. Außerdem, als ich in einem Demon bin, die Temperaturen zu verhindern. Das Gleiche passiert mir. Ich liebe mich. Ich liebe Winter. Also, das ist ein guter Glück. Aber was von dir? Du siehst, dass es gut ist. Und das ist gut. Ich bin... Ich... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich lege das Wälder mehr als alles. Das ist warum ich mich mit einem secreten Wälder befestigte. Ich habe Kuckoo-Kuckoo-Brand Hand-Warmers all über mich. Ich habe sogar sie in meinen Schoen. Really? Das klingt toll. Ich bin bereit, wenn du wie eine Dove schreierst. Was? Geh Kuckoo, wie eine Dove. Bitte, deine Kuckoo-Warmers mit mir. Kuckoo. Du bist kein Velvet, das ist sicher. Naja, das ist ja alle, die frieren, das kann ja ganz peinchen. Das erklärt, warum auch Velvet hier so rumlaufen kann. Quasi hier im tiefsten Winter mit Schnee und allem, aber wenn sie nicht friert. Na gut, ich würde sagen, das war es dann erstmal von diesem Part. Im nächsten machen wir uns dann auf zu den Ruinen. Ich denke mal den Geo-Bordpunkt da oben holen wir uns dann. Sieht man den sogar? Jetzt sieht man sogar so ganz leicht da hinten glühen. Holen wir uns dann auch noch, da können wir hier auch locker entlang fahren. Und dann kann ich es vielleicht mal zeigen, wie das aussieht, wenn man durch die Gegner durchfährt und sie einfach kaputt macht. Na dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.